Meine Güte, wo bleibt er denn? Das kann doch nicht so schwer sein. Oh, na endlich! Wo warst du denn die ganze Zeit? Draco, dein Mikro ist aus. Indem du auf das durchgestrichene Mikro klickst. Nein, nicht! Oh Mann! Mann, ist ja bescheuert. Hallo? Kannst du mich jetzt hören? Ja, na endlich! Dieser Muggelschrott hier muss aber auch immer am besten so kompliziert wie möglich sein, oder? Je umständlicher, desto besser. Discord ist überhaupt nicht umständlich. Du stellst dich nur total dämlich an. Ich stelle mich dämlich an? Weißt du... Ist das dein Ernst? Wie hat er das denn jetzt schon wieder geschafft? Draco, du brauchst jetzt nichts mehr anzufassen, okay? Okay? Lass einfach die Hände bei dir und rede nur noch. Okay, wie du meinst. Aber eine Frage hätte ich noch. Was ist das hier unten? Och, der verarscht mich doch! Ich wollte nur wissen, was das da unten für ein Kanal ist. Das ist doch völlig egal! Solange da keiner drin ist, brauchst du dich doch nicht dafür zu interessieren. Das heißt, die Muggels schreiben sich keine Briefe. Doch! Muggel schreiben sich auch Briefe, aber nicht mehr bei jeder Konversation. Muggel haben E-Mail, WhatsApp, Instagram und eben Discord. Okay. Und mit wem unterhältst du dich so? Hast du überhaupt Muggelfreunde? Natürlich! Habe ich Muggelfreunde? Ach ja? Na, dann nenn mir mal zwei. Ach, kennst du doch eh nicht! Jetzt lass mich in Ruder mit! Ach so, ähm, was ich noch fragen... Wieso kann er nicht erst fragen und dann klicken? Hoffe, der merkt, dass er nicht mehr auf dem Server ist. Frage hat sich schon geklärt. Na, super. Ich hoffe, du machst das nicht ständig, wenn die anderen da sind. Äh, welche anderen? Oh mein Gott, seid ihr es wirklich, Draco und Hermine? Was ist das denn jetzt? Sei lieb! Hi! Oh mein Gott, ich raste gleich aus! Ihr seid meine größten Vorbilder! Ich liebe eure Videos so sehr! Was denn für Videos? Die Begegnungen! Beste Story ever! Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Ich erkläre dir das später, okay? Hey, super, dass du da bist! Aber könntest du uns noch so fünf Minuten alleine geben? Oh, habe ich euch gerade dabei gestört? Nein! Nur fünf Minuten wirklich, dann sind wir für dich da, ja? Okay! Oh Gott, ich bin gerade so geflasht! Ich spreche wirklich mit Draco und Hermine! Sag mal, was war das denn gerade? Ein Mädchen? Ach, wirklich? Und wie konnte die hier rein? Ich dachte, wir wären hier unter uns. Ähm, nein, hier können mehrere Leute gleichzeitig miteinander reden und schreiben. Alle, die auf den kostenlosen Server kommen. Wie bitte? Du erwartest, dass ich mich hier mit wildfremden Leuten unterhalte? Mit Muggeln? Jetzt sei mal nicht so engstirnig! Mit mir redest du doch auch! Ja, aber das ist doch was völlig anderes. Außerdem, wenn die alle so hysterisch rumquietschen, dann stopfe ich denen das Maul mit Akromantulas. Stell dich nicht so an! Ich bin mir sicher, dass nicht alle so sind. Jedenfalls nicht komplett. Also, alle. Hoffe ich. Ja, das kann ja heiter werden. Wann kommen die anderen Exemplare? Naja, wann immer sie Lust haben. Der Einladungslink zu dem Server ist übrigens unter diesem Video. Unter welchem Video? Wieso ist eigentlich die ganze Zeit die Rede von irgendwelchen Videos? Ähm, ja, also... Es gibt da noch eine Kleinigkeit, die ich dir nicht erzählt habe. Ich nehme das Ganze gerade auf, um es später auf YouTube zu stellen. Um es wo rauf zu stellen? YouTube. Also, das ist eine Videoplattform, die von der ganzen Welt benutzt wird. Warte mal, du hast mich gerade aufgenommen und für die ganze Welt sichtbar gemacht? Äh, also... Ich glaube, ich muss los. Bis später!